Wir sind alle eine Spezies. Wir sind der Mensch, vergesst das nicht. Wir sind nicht allein, wir waren nie allein und werden es auch niemals sein. Es liegt an uns, was wir hier aus diesem wundervollen Planeten, in unserem Leben machen. Wir haben alle Möglichkeiten. Und es fängt damit an in der heutigen Zeit, dass jeder die Eigenverantwortung übernimmt, sich selbst zu informieren. Es kann keiner mehr sagen, er hat von nichts gewusst. Damit meine ich nicht nur, er hat nicht von Schlimmen gewusst, er hat auch von vielen Alternativen nicht gewusst. Ich verstehe gar nicht, wie viele Menschen sich ihr Leben selbst schwer machen, weil sie einfach gar nicht sich das Wissen aneignen, was es für Alternativen zu ihrem Leben gibt. Also es verwundert mich immer wieder. Du bist nicht allein, warst es nie gewesen. Wir sind der Mensch, ein einziges Wesen. Du bist nicht allein, warst es nie gewesen. Wir sind der Mensch, ein einziges Wesen. Du fragst dich bei all dem Verschwörungsgelaber, wo sind denn die Bösen, die alles planen. Noch kannst im Netz du fast alles finden, kannst dir ne eigene Meinung bilden. Das kann doch nicht sein. Eine Weltregierung, ne Handvoll Menschen verkaufen. Alle für dumm. Du bist nicht allein, warst es nie gewesen. Wir sind der Mensch, ein einziges Wesen. Das kann nicht geschehen in deiner Welt. Da sind alle ehrlich, grad wenn's geht ums Geld. Verschwörungsidioten, lasst mich doch in Ruh'n. Geisteskrank sei dir und hol doch dazu. Wir sind hier im Leben nicht in einem Film. Erzähl doch dein Märchen. Du bist nicht allein, warst es nie gewesen. Wir sind der Mensch, ein einziges Wesen. Du bist nicht allein, warst es nie gewesen. Wir sind der Mensch, ein einziges Wesen. Sei achtsam bei neun, es könnte dir wehtun. Doch schau auf das Alt. Geht's dir wirklich gut, man, wenn nicht, dann bist nur du in der Lage. Alles zu ändern, du darfst nicht verzagen. Ich will nicht überzeugen. Glaube selbst lang nicht alles. Nimm dir ein paar Wochen. Sieh selbst doch was dran ist. Du bist nicht allein, warst es nie gewesen. Wir sind der Mensch, ein einziges Wesen. Du bist nicht allein, warst es nie gewesen. Wir sind der Mensch, ein einziges Wesen. Wir sind der Mensch, ein einziges Wesen. Danke euch. Wie gesagt, macht euch schlauer im Internet. Es gibt so viele alternative Medienportale, wo ihr so viele Blickwinkel auf das Geschehen in der Welt kriegt, die nichts damit zu tun haben, was man in der Mainstream-Presse sieht. Und diese Eigenverantwortung hat heute jeder. Kann keiner sagen, er hat von nichts gewusst. Wenn ihr gerne pflichtbewusste Bürger in diesem Land sein wollt, wenn ihr gerne Verantwortung für eure Kinder übernehmen wollt, dann macht euch schlau und glaubt nicht mehr, was euch erzählt wird.